Ja, hallo und herzlich willkommen. Du bist ein IT-Dienstleister, Experte, Berater, Agenturinhaber, spezialisiert in irgendeinem Bereich, was Software betrifft, denn dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Thomas Klein. Ich bin Experte für die Neukundengewinnung B2B, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, insbesondere Softwareentwickler, Berater, Agenturinhaber, Dienstleister. Ja, ich werde immer wieder gefragt, Thomas, wie findet denn letztendlich konkret eine Zusammenarbeit mit dir statt? Wie sieht denn eine Zusammenarbeit grundsätzlich mit dir aus? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Varianten, denn wir hier bei Klein Marketing Consulting, wir nehmen uns den Anforderungen und den Bedürfnissen unserer Kunden, also unserer Kunden, also dir potenzieller Kunde, ganz explizit und individuell an. Also wir sind kein Amfließband, Agentur oder Ähnliches. Wir beraten, konsulten, Coaching, aber auch sehr stark operativ unterstützen und hier eben sehr individuell passen wir uns unseren Kunden an. Wir betreuen in der Regel pro Jahr manchmal nur wenige Kunden und dafür eben sehr intensiv, sehr konkret und sehr individuell und haben eben auch entsprechend die Erfolge dann, wo vielleicht diese ganzen pauschalisierten Dienstleistungen nicht so stark Erfolge haben oder nur mittelmäßige Erfolge. Sehr häufig. Na, die kommen dann auch häufig zu uns. Also, wenn du zu dieser Zielgruppe gehörst, dann pass jetzt ganz genau auf. Es gibt natürlich viele Anfragen, die ich erhalte, weil sie einfach an Google eingeben, Leads gewinnen, Leads generieren, Lead-Generierung B2B für IT-Software-Berater, IT-Berater, SAP-Berater etc. und stoßen dann letztendlich auf meine Webseite, buchen sich dort einen Erst-Call, eine sogenannte Strategie-Session und dann werden dann auch in der Regel meine Kunden. Und häufig nehmen die mich halt über den Suchbegriff, wo sie mich eben finden über Google, wahr. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Kunden. Wenn wir zum Beispiel Webseiten und SEO und SEA und so weiter Kampagnen schalten für unsere Kunden, gibt es natürlich verschiedene Keyword-Suchanfragen-Varianten und Ads und Gruppen, wo natürlich ganz spezielle Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe ansprechen. In dem Fall sind es häufig Leads-Generierungen. Und dann werde ich eben gefragt, Thomas, du machst Leads generieren. Okay, machst du eigentlich noch was anderes? Ja, natürlich. Und deswegen ja auch dieser YouTube-Kanal, um einfach unser End-to-End-Prozess, den wir abdecken bei unseren Kunden, den wir anbieten als Gesamtpaket. Das heißt, wir schauen uns an, wie sieht es denn die ganze Customer-Journey aus? Ja, was ist denn nötig, um eben ein IT-Business, egal welcher Größe, du kannst Solopreneur sein, du kannst mehrere Mitarbeiter haben bereits, du kannst sogar schon viele Mitarbeiter haben und selbst da gibt es dann wieder Herausforderungen, um weiter zu skalieren. Und wir schauen uns das ganz genau an. Und da gehört natürlich mehr dazu, als wir nur Leads generieren. Denn was bringen dir die ganzen Leads, wenn die Leads nicht die Qualität haben, wenn die Leads der Zielgruppe verfehlt sind, wenn die Leads auch nicht konvertieren in Sales, wenn die Leads nicht die Leads nicht.